So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Park, A Link to the Path. Und ja, wir waren hier stehen geblieben, beziehungsweise, wir sollten uns das Master-Schwert jetzt unter den Nagel reißen und dann heißt es für uns, auf in die verlorenen Wälder. Ja, da wir jetzt alle drei Amulette besitzen, können wir uns das erlauben, das Schwert aus der Scheide zu ziehen, kann man das so sagen? Oder eher gesagt, aus dem Stein. Und dann gucken wir uns das mal an, denn wir gehen jetzt mal hier den anderen Weg. Und soweit ich mich daran erinnern kann oder konnte, gab es ja hier, glaube ich, ein Herzteil. Hoffe ich mal. Ich will euch da jetzt keinen Stuss erzählen. Ich gucke mir das erstmal an. Ich meine, die Höhle war auch etwas kleiner, kann das sein? Naja, hier sind definitiv ein paar Fledermäuse, die ich getrost ignoriere. Das sieht so witzig aus, wie ich mich da gerade bewege, immer so nach links, nach unten, nach links, nach unten. Okay, hier gab es doch kein Herzteil. Schade, ich dachte echt, hier war irgendwie eins gewesen. Naja, wir sind direkt am Wald, das heißt, dort können wir jetzt direkt das Schwert holen und wir können dann zum Zauberer. Wie ist das Spiel denn schon zu Ende? Immer mit der Ruhe, Leute. Das Holzfällerhaus. A, Holzhack und B, Holzhack. Okay. Heißen die genauso? Ja, keine Ahnung. Ergibt jetzt für mich nicht unbedingt einen Sinn, aber okay. A, ja, ich weiß glaube ich, wie man an das Herzteil kommt, aber Holzhack und Holzhack, ja, sagen wir mal, die Gebrüderhack oder die Gebrüderholzhacker, die müssen erstmal diesen Baum hier quasi so sehr ansägen, dass man dagegen sprinten kann und dann, ja, fällt der quasi in sich zusammen und dann kommt man quasi zum Herzteil. Und ich meine, hier drin gab es gar nichts. Oder? Nö, scheinbar nicht. Sorry, Leute. Okay, wollen wir uns das Master Schwert unter den Nagel reißen? Ich hab richtig Bock da drauf. Und ich hab auch Bock auf das, was danach kommen wird. Auch wenn ich es damals sehr, sehr, sehr gehasst habe. Aber ich bin ziemlich guter Dinge und ich würde sagen, der Bosskampf wird ziemlich nice. Er wird richtig cool. Oh, hier gab es auch noch so ein Glücksspielding. Ihr seid ja überall irgendwie. Kleines Spielchen, gefällig. 100 Rubine und du kannst eine Truhe öffnen. Das ist schon ein bisschen teuer. Ja, komm, ich versuche mein Glück. Nur zu, öffne die Truhe deiner Wahl. Alter, ich kriege immer den Spunny. Das ist doch Wucher hier. Du bist wie der Wucher-Kater aus, ähm, Secret of Mana. Genau. So bist du. Und nicht anders. Hau ab. Er wollte von hinten kommen. Habt ihr das gesehen? Ich hab gerade Angst. Alter. Achso, ich dachte, der stirbt. Aber, nee. Oder, beziehungsweise, ich dachte, der würde paralysiert werden. Ja, ihr merkt, den Pilz kann man sich hier immer wiederholen. Aber, naja, muss ich nicht unbedingt haben. Okay. Ihr merkt gerade, wir gehen einen sehr merkwürdigen Weg. Aber ich meine, das war sogar der richtige Weg. Genau, wir sind hier richtig. Ihr merkt schon, hier sind die Tiere am Toben. Und da vorne, was ist das? So. So sieht das aus, wenn wir diese Schrift nicht lesen können. Aber, ja, weil es ein Let's Play ist, werde ich es jetzt mal einfach für euch tun. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Ja, haben wir getan. Und wir sind ein Nachfahre, also her damit. Mr. Horrorjumper, ich bin es, bla bla bla. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Ja, das glaube ich auch. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Ja, das solltest du auch. Nicht umsonst haben wir es geschafft. Und der Nebel hat sich verzogen. Oh, jetzt ist es so friedlich und so herrlich jetzt hier für die ganzen Tiere hier. Mr. Horrorjumper, hilf. Ach, nee. Mr. Horrorjumper, hilf. Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Ah. War das jetzt Zelda? Ich habe keinen Schimmer. Ich habe einfach mal die Stimme verstellt. Findet. Jetzt ohne Scheiß. Ne? Also, wer kommt denn darauf bitte? Ich glaube sogar, dass das Masterschwert ein bisschen länger ist als das normale Schwert. Das kommt mir definitiv so vor. Aber ich glaube, das liegt einfach nur an dem Glitzer. Ja, es glitzert. Im Großen und Ganzen. Aber ich finde es cool. Es ist so schön blau. Wobei meine Lieblingsfarbe ja grün ist. Aber, naja. Das ist eher egal. In dem Zusammenhang. Joa. Ich bin jetzt gespannt, ob wir das hinbekommen. Es gibt zwei Methoden, glaube ich, um den Boss zu besiegen. Wo wir uns jetzt hinbegeben werden. Man könnte sagen, es ist eine Art Dungeon. Und danach kommt noch jede Menge mehr. Wer jetzt gedacht hätte, das Spiel ist zu Ende. Der wurde hier ziemlich aufs Glatteis gelegt. Und glaubt mir. Ich wurde damals auch aufs Glatteis gelegt. Denn ich habe den Spielerentwicklern abgekauft. Und dachte mir so, nein, das war es schon. Und wo ich dann gesehen habe, das war es noch nicht. Es ist umso cooler gewesen. Und ihr merkt gerade, wenn wir volle Herzen haben, können wir quasi einen Lichtstrahl schleudern. Und damit können wir die Gegner von Weitem treffen. Aber der Schaden ist genau derselbe wie das normale Billigschwert. Nur halt, ja, man ist dann gesaved. Im Großen und Ganzen. Und man kann sich dann halt besser zur Wehr gegen die Gegner setzen. Aber okay. Was steht denn hier? Ostpalast, Burg von Hyrule. So, da wir jetzt die Krafthandschuhe hier haben, können wir das jetzt getrost an Seite bewegen. Oder, ja, schmeißen. Und kommen jetzt auch hier rein. Nein, geh weg. Ich kann euch nicht leiden. Ihr verfolgt uns. Also, ihr verfolgt mich immer. Ihr seid voll die Stalker. Nein, dich kann ich auch nicht leiden. So, na, haut ab. Sowas zum Beispiel kann man dann besser bewältigen. Und, ihr denkt euch jetzt auch so, was? Warum geht der hier ins Schloss? Ja, wir können hier weiterkommen, denn wir haben das Masterschwert. Und nur durch das Masterschwert gelingt es uns, hier weiterzukommen. Und mir fällt gerade was auf. Ich trottel, ich hab doch etwas vergessen. Oh, nein. Ich überlege gerade. Ah. Soll ich nochmal zurück? Es tut mir leid, ich muss nochmal zurück. Das möchte ich vorher noch erledigen. Das konnte man aber nur erledigen, wenn man das Masterschwert hat. Und ich bin so dämlich. Warum? Oh. Ah. Wisst ihr was? Wenn ich mich dann gleich auf den Weg mache, hier hin, dann werde ich das Ganze skippen. Das heißt, wenn ich jetzt zu dieser einen Stelle hingehe, werde ich das skippen und dann sind wir direkt nochmal hier. Und, äh, ihr müsst euch das nicht geben. Versprochen. Ich kann das nämlich, ähm, selber nicht leiden. Und, ja. Es ist leider so. Was will man da machen? Ah, das ist ärgerlich. Ah, so ein Noobfehler. Ich glaube, einige wissen vielleicht schon, was ich überhaupt machen möchte. Und was man nur mit dem Masterschwert machen kann. Beziehungsweise mit dem Buch. Ich hatte ja mit euch darüber gesprochen, dass man... Ja, so komische Steintafeln, ja, finden kann. Ich glaube, es gibt insgesamt drei Stück. Und, ja. Durch diese drei Stück hat man so gewisse Elemente. Und ich glaube, man brauchte zwei gewisse, ähm, Elemente. Damit man auch in gewisse Tempel kam oder weiterkommen konnte. Oh, da war diesmal ein Gegner drunter. Oh, dieser lange Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und nervig. Dieser Weg. Ja, ich höre schon auf zu singen, Leute. Ich verstehe es schon. Nein, geht weg. Ich mag euch nicht. Boah, das... Das war aber knapp. Das war total knapp. Wer hätte damit gerechnet, dass ich, äh, nicht getroffen werde? Also, ich definitiv nicht. So, jetzt, äh, werd mal wieder zu Stein. Ja, mit den Opi könnten wir jetzt auch reden. Der heilt uns, glaube ich, soweit ich weiß. Aber, ja, wir haben noch genug. Genau, dann seht ihr auch sofort, wenn wir quasi in die andere Welt kommen, dass wir normal bleiben, da wir jetzt die Mondperle haben. Okay, so. Dann müssen wir jetzt wieder durch das Portal. Ach ja, wer kennt das nicht? Will man das Portal aktiviert an gewissen Stellen, wo es nicht ein... also, wo es nicht funktioniert, wo man irgendwo stecken bleibt und dann wird man wieder zurück teleportiert. Weil, wir könnten jetzt durch dieses Portal nochmal zurückgehen. Und, ja, dann werden wir dann halt wieder in dieser einen Welt. Aber das ist jetzt gerade nicht unser, ja, Bestreben, könnte man sagen. So, hier wollte ich hin. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Ha, so episch, Leute. Das Luftmedaillon, damit hast du die Macht über die Atmosphäre und kannst den Polarwind herbeirufen. Achte auf deine Magieanzeige. So, wir gehen jetzt zurück. Wir sehen uns dann im Schloss. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Und, ja, der Weg, der war eigentlich, ja, vielleicht zwei, drei Minuten entfernt. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Nur, weil ich das jetzt irgendwie vermasselt habe. Oder, ja, vergessen hatte. Musstet ihr euch das jetzt nicht unbedingt irgendwie reinziehen müssen oder können, wie auch immer. Das war jetzt gerade totale falsche Wortwahl. Ich merke schon, ich werde ein bisschen müde. Das ist gar nicht gut. Deswegen würde ich sagen, nach diesem Part werde ich heute keine Parts mehr aufnehmen. Und hier, wenn man das normale Schwert gehabt hätte und dagegen schlägt, dann wäre man quasi elektrisiert worden, beziehungsweise geschockt worden. Und mit dem Masterschwert können wir das jetzt einfach so, ja, beseitigen. Und willkommen in einem neuen, ja, kleinen Dungeon. Oh, man könnte das auch mit den Pfeilen. Umso besser. Nein, 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 geh weg. Oh, ich kann nicht, ich leiden. Okay, hat sich erledigt. Nicht umsonst haben wir so viele Pfeile. Ich glaube, ich mache alle mit den Pfeilen. Wobei, ihr haltet schon mehrere Pfeile aus. Das stört mich. Oh, geh mir noch nicht so auf den Pelz. Und da bekommen wir den Schlüssel. Gott sei Dank wird uns hier nicht immer der Text angezeigt, dass wir einen kleinen Schlüssel bekommen. Ähm, das war ja bei den anderen Zelda-Teilen anders. Da finde ich das schon ein bisschen übertrieben. Also bei dem großen Schlüssel kann ich es verstehen, aber so. Oh nein, ich hätte sie einfangen können. Ah, ich habe sie mir durch die Lappen gehen lassen. Naja, egal. Komm her. Dann kann ich dich jetzt wenigstens so attackieren. Und diese kummigen, einäugigen Fledermäuse auch. So, dann aktivieren wir mal schön alles. Ich meine, da war der Schlüssel drin, damit wir weiterkommen. Oh, komm. Danke. Genau, da ist der Schlüssel. Das hier ist nämlich so ein kleines Labyrinth. Und ich sehe gerade, wir sind ein bisschen den falschen, ja, was heißt den falschen Weg gegangen? Geh weg. Aber ich mag das irgendwie, wenn das dieses Lichtverhältnis hier hat. Keine Ahnung, das ist so beruhigend für die Augen. Jeder denkt bestimmt so, oh, ich komme bestimmt weiter, wenn ich den hier verschiebe. Aber nein, damit kommt man nur zurück. So, euch muss ich nicht plätten, das weiß ich noch. Oh, wow. Ja, umso mehr muss ich euch jetzt töten. Wo seid ihr? Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, dieser Fein-und-Bogen-Freak. Nein. Okay. Gott sei Dank. Nee, die Dinger konnte man hier nicht schieben. Das war an einer anderen Stelle. Oh, oh, oh. Wieder ein dunkler Raum. Ich nehme die Vase mal mit. Genau. Dann kann ich dir eins überbraten. Nein. Ey, ist das euer Ernst? Warum muss ich denn an der Türe dann irgendwie spawnen? Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen gab es hier nichts. Ich glaube, das soll nur Verwirrung stiften. Genau, wir müssen nämlich hier hin. Oh, diese Schützen hier. Hä, was bist du vom Sternzeichen? Schütze? Ey, jetzt hau ab. Oh, du hattest also den Schlüssel. Naja. Eine Lampe, eine Kerze wird angezündet. Eine Schweigeminute für diese Gegner. So, euch pulverisiere ich jetzt direkt erstmal. Und euch kann ich nicht leiden. Oh. Ich mag euch nicht. Ich hasse euch. Ihr seht auch schon so aus wie der Teufel. So. Na, was steht denn hier wieder? Hör gut zu, Miss Aura Jumper. Selbst mit dem Master Schwert kannst du den Zauberer nicht bezwingen. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Ja, das ist nämlich der Punkt der ganzen Sache. Mit dem Master Schwert konnte man das, glaube ich, nicht. Ich kann es mal ausprobieren. Bin mir jetzt nicht so sicher. Oh. Ha. Dagegen hast du keine Chance. Wir treffen dich, aber du triffst uns nicht. Schon ein bisschen fies, aber naja. Man muss ja auch mal ein bisschen Glück haben. Und ein bisschen Schummeln ist ja gar nicht mal so verkehrt. Ist gut fürs Karma. Mal gut, mal böse. Ah, du Pisser. Alter, geh mir jetzt nicht auf die Eier. Okay, ich werde jetzt mal gucken, ob hier noch ein paar Herzen sind. Wir haben zwar eine Fee, aber das muss nichts bedeuten. Ich könnte trotzdem failen. Alles ist möglich. Bei Mr. Horror Jumper. Ja, ich weiß, der war nicht gut. Anstatt Toyota. Ähm, ja, den Schlüssel hatten wir. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, ist doch ätzend. Wer hat schon Bock gegen die drei hier zu kämpfen? Vor allem mit diesem goldenen. So, die konnte man wegschieben. Oh, du. Der musste ja treffen. Na, komm her. Ja, es ist so ein schmaler Weg, aber ich finde den eigentlich ganz simpel. So, sind wir jetzt endlich am Ziel. Ja, sind wir. Okay, Leute. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin auch gespannt. Oh la la, Mr. Horror Jumper. Schön, dass du gekommen bist. Ha, 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 ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Der macht einen auf Uri Geller. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Anmut, aber nicht mehr lange, Kleiner. Na, bitte. Damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen. Ha, 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 ha. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten, denn... Ha, 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 die goldene Macht ist mit uns. Ha, 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 mach's gut, Kleiner. So, wer jetzt gedacht hat oder hätte... Öh, wie komme ich weiter? Ich weiß, in der Mitte ist der Durchgang, aber ich wollte es einfach mal... Ich liebe es, diese Vorhänge kaputt zu machen, beziehungsweise sie an Seite zu schieben. Es macht einfach Spaß. Oh la la, du möchtest mich zu einem Duell herausfordern? Nix lieber als das. So, es gibt, glaube ich, zwei Methoden, um ihn irgendwie ein... Einzu... Äh... Heizen. Genau. Man, äh... Man muss bedenken, wenn man nämlich diesen Drehangriff macht, ist es genauso wie das Schmetterlingsnetz. Ich zeig euch das jetzt mal. Ihr müsst aber aufpassen, er kann verschiedene Angriffe. Und, ähm... Ja. Ihr seht es gerade. Äh... Ja, ich hoffe, er macht... Nein, genau... Genau diesen Angriff, den können wir nicht auf ihn zurückprallen lassen. Es muss immer diese bestimmte Kugel sein. Und ja, ihr habt gesehen, mit dem Master Schwert geht es doch. Also, er hat Bullshit erzählt. Hier müssen wir aufpassen, denn, wenn er sich oben in die Mitte platziert, macht er seine Blitze. Ja, er macht keine Witze, er macht Blitze. So. Ja, das Ganze dauert etwas, natürlich, weil das, äh... Der Master Schwert macht ihm ja nicht direkt Schaden, sondern, oah, eher die, äh, Magie von ihm selber. Damals hab ich echt gedacht, wie besiegt man den? Ich brauchte wirklich das Lösungsbuch oder einen Rat, um weiterzukommen. Bis ich irgendwann, ich glaube, das, äh, Netz einfach mal ausprobiert hab, weil das hatte ich ja. Und, äh, aufladen hatte ich nie ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, ne, das, das kann niemals irgendwie so stimmen. Ja, eigentlich stellen wir uns gar nicht so blöde an. Ich hätte wirklich damit eher gerechnet, dass wir ein bisschen mehr Probleme haben werden. Habe ich ihn echt so schrecklich in Erinnerung? Naja, das sind die nostalgischen, ähm, Erinnerungen aus der schlimmen Kindheit von Miss Aura Jumper. Oh, dass ich sogar diesen blauen, kummigen Zeug da ausweichen kann, ist mir auch irgendwie neu. Oh, das war blöd. Ah, damit hab ich jetzt gerade nicht mehr gerechnet. Oh, la, la, das war ein, nem Helden würdig, aber so schnell gebe ich nicht auf. Attention, ich werde dich nun in die Schattenwelt verbannen, ha! So, und wenn ihr jetzt die Mondperle nicht gehabt hättet, wäre das Ganze hier ziemlich krass für euch geworden. Weil, ihr müsst dann erstmal wieder in die normale Welt und so weiter. Mr. Horrorjumper, kannst du mich hören? Ich bin es, bla bla bla, der zu dir spricht. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land, doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur, wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt, ja, Lichtwelt zu retten. Auch musst du sieben Mädchen befreien. Sie sind Nachfahren der sieben Weisen. Ihre erhebten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Gehe zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes, bitte. So, Leute. Ja, wir sind in der Schattenwelt und so sieht dann Schloss Hyrule quasi in der Schattenwelt aus. Aber, das ist nicht das Einzige. Ich weiß gar nicht, konnte man das mit der normalen Bombe zerstören? Ich habe das Gefühl, genau, da brauchte man eine spezielle Bombe. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Ihr merkt, es hat sich wirklich verändert. Und, oh mein Gott, was ist das? Ein Kristall. Die Nummer 1. Sie blinkt. Aber nicht nur das. Ich meine, wenn man den ersten Kristall hat, dann blinken nach und nach die anderen auf. Das heißt, es wird einem gezeigt, wo man hin muss. Ja, ich überlege gerade, was wir jetzt noch tun könnten. Weil, normalerweise könnten wir jetzt in einen nächsten Dungeon gehen. Aber das lohnt sich von der Zeit nicht. Ich würde das lieber, ja, partgetreu machen. Das heißt, im nächsten Part, denke ich mir mal, werden wir uns dann den Tempel vorknöpfen. Wenn es euch so, ja, recht ist. Ja, ich denke schon. Wobei, ich überlege gerade. Ah, ne, okay. Ich meine aber, ne, da gab es nichts mehr. Ich meine nicht. Gab es hier nochmal die Fee? Ja, das hat sich natürlich nicht verändert. Aber okay, wenn wir einmal hier sind, entspannen wir uns. Und, ähm, ja, die Fee macht dann ihre Hand dabei. Ja, ihr wisst Bescheid. So. Okay. Dann gehe ich ja schon mal zum Tempel. Und dann stelle ich mich da vor. Ah, ne. Wobei, doch, den Weg können wir ja schon mal gehen. Das sieht doch auch aus wie, ja, Yoda, Meister Yoda. Oh nein, was war das nochmal? Ach ja, stimmt. Der hat sich ja auch verwandelt. Das war der Dorfälteste. Hallo, Fremder. Suchst du nach der goldenen Macht? Dann bist du zu spät. Sie gehorcht nur dem, der sie als erster berührt. Und der hat diese Welt erschaffen. Ein Spiegelbild seiner dunklen Seele. Oh ja, auch ich suchte eins nach der goldenen Macht. Und sie, was aus mir und allen anderen geworden ist. Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Der Bezwinger erhält dann die goldene Macht. Solange werde ich so herumlaufen müssen. Es ist unglaublich, was unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Triforce goldene Macht. Ja, und jetzt wisst ihr es. Sie reden vom Triforce. Und ich habe ganz vergessen, dass Ganondorf, ähm, ja, dass Triforce berührt hat. Beziehungsweise die Macht darüber hat. Und deswegen konnte er diese Welt erschaffen. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht, wenn ich ehrlich sein soll. Und ihr merkt, diese Höhle kommt euch bekannt vor. Da hat man nämlich die Pegasus-Stiefel herbekommen. Und ich würde sagen, ich beende dann diesen Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Dungeon. Und, also, wie gesagt, lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter. Kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schreibt wieder ein, wenn es wieder heißt. 30. Jubiläum, The Legend of Zelda, A Link to the Path. Also dann, haut rein!